Eine gepflegte 4-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Kreis Kochenzell. Das Objekt verfügt über ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Die Erdgeschoss-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 87 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung beläuft sich auf 380 Euro. Immobilien Weltermann EK beantwortet gern Ihre Fragen. Diese Wohinung wird im Kreis Kochenzell. Die Kaltmiete der Kaltmiete der Riese mit der Kaltmiete erfrigert. Untertitelung des ZDF, 2020